Meine Damen und Herren, Gruß und Schädel, willkommen zur gruseligsten Show der Welt. Warum machen wir es nicht einfach in seinem Haus wie immer? Ja, da stimme ich Steve zu. Ihr Jungs seid unglaublich. Dieses Jahr wird es größer und besser. Wir werden einfach hinter den Wohnwagen auf ihn warten. Und wenn er dort ankommt, ziehen wir ihn bis zur Unterhose aus. Und dann erst läuft er den Midway runter als die Freakshow-Schwuchtel, die er ist. Für den, der schläft in Lehm und Stein, hör den Ruf! Gehorch und sei mein! Geh erneut durch das Todestor aus dem Totenreich, trittst du hervor! Was hast du getan? Diese Stadt macht eine Hexenjagd, nur die Hexen sind niemand anderes als wir Freaks. Also, geben wir ihnen das, wofür sie gekommen sind. Was zur Hölle ist hier los? Schließ die Türen ab und denk nicht mal daran auszugehen, bis ich zurück bin. Sag mir, wo ist er? Doch, ab und Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017